Hey, ho! Es geht um Let's Play Portal 2! Ähm... Test-Kammer Nummer 3 von 19 anscheinend. Ich komme! Ich komme! Noch nicht anfangen! Ja, ja. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette! Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu! Ah, ja. Mhm. Bitte! Richtig! Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Ah, ja, klar. Schön, dass du jetzt draufkommst auf einmal. So, wir sind... anscheinend gibt's 19 Tests. Ich weiß nicht. Und auf jeden Fall kommen Katapulte vor. Hallo, Waitley. Der beobachtet uns wirklich bei jedem Test. Das finde ich irgendwie gruselig. Yeah, was ist das hier? Wow! Wow, 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 wow! Waitley! So wie eine Eichnerung. Und, los geht's! Sei ehrlich, man merkt das gar nicht, oder? Ja. Gar nicht. Toll hast du aufgeräumt. Was da drüben? Da drüben ist der Schalter, da ist ein K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Hier ist wieder das hier. Okay. Okay. Okay, kein Problem. Ich mach's ein bisschen weiter hier. Gut, das ist kein Problem. Das ist sogar richtig lame eigentlich. Das ist richtig lame, find ich. Ja, das ist gar nichts. Also die Tests hier werden... Wenn man sich nicht doof anstellt, dann werden die Tests richtig langweilig. Doof. Lame. Doof. Nervig. Doof. Blöd. Yay. Ja, toll. Froh. Ja, das ist so, dass du keinen Vorrat hast. Ja. Oh, Mann. Ja, ist gut. Darf ich wieder Ewigkeiten warten? Ja. Und los geht's. Sehr ehrlich, man merkt es gar nicht. Nein, natürlich nicht. Hooray. Ja. Ja. Okay. Okay. Egal. Ähm. Man merkt es überhaupt nicht. Wirklich nicht. Nochmal da rüber. Juhu. Wir freuen uns. Aber so total nicht. So total überhaupt nicht. Okay, der Schalter. Was macht... Achso, der macht das. Genau. Der Ding fällt hier runter. Das heißt... Das heißt eigentlich... Das heißt was? Ich kann hier kein Portal setzen. Hier habe ich einen Katapult und lande hier. Ah ja. Gut. Moment. Na, doof gesetzt. Naja, oh Gott. Schon wieder falsch gesetzt, das Portal. Hier muss das Portal hin. Und ungefähr hier. Nein, das ist immer noch nicht. Hier. Hier. Gut. Ähm. Ja, wie mache ich das jetzt mit den Würfeln? Wie komme ich jetzt an den Würfel ran? Ja. Wenn man das nun wüsste. Ah. Aha. Ich kann's, Leute. Ich kann's. Ein bisschen. Vielleicht. Ähm. Okay. Und jetzt wollen wir... Warum auch immer... hier rüber. Und dann kann ich mal... noch nicht. Jetzt. Genau. Gut, jetzt habe ich den Cube. Der muss da oben hin. Das heißt... Stopp. Okay, wie kriege ich den jetzt da hoch? So nicht. Ähm. Okay, dann machen wir es ganz anders. Wir machen... Ja, was machen wir jetzt am besten? Was soll ich tun? Ton. Was soll ich tun? Ton, genau. Das könnte ich machen. Oh mein, jetzt muss ich ernsthaft überlegen. Ja, es ist unglaublich, aber ich muss es tun. Kannst du mal aufhören, da rumzulaufen? Willst du in Abgrund springen oder was? Weekly, was hast du da für Würfel... Würfel? Würfel? Was hast du da für Sachen entwickelt, bitte? Ähm. Wenn ich jetzt hier das hier setze... Dann... Halt, nein. Ich habe eine bessere Idee. Habe ich die? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ne, so ist anders. So ist falsch. Wenn ich es jetzt so mache... Und jetzt ist es irgendwo anders hinsetzen. Ne, das bringt gar nichts. Das ist doof. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt? Ah, ja, ja, Moment. Jetzt habe ich eine wirklich gute Idee. Jetzt habe ich eine wirklich gute Idee, die auch ziemlich gut ist, meiner Meinung. Aber ich habe es so falsch gemacht, weil ich erst da rauf muss. Ja, ich muss erst da rauf. Yay. Okay, jetzt bin ich oben. Und jetzt muss ich... Du bleibst aber schön hier, ja? Dass es klar ist. Hier. Nein. Und... Wo war es nochmal? Hier. Nein, hier. Nein, Moment. Da kommt das Teil ja gar nicht dahin. Was? Wie? Verkackt nochmal. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, weil wenn das Teil da oben hinkommt, dann komme ich ja hierhin nicht mehr zurück. Und dann... Vielleicht soll ich einfach mitgehen. Das wäre doch mal eine gute Idee, oder? Nein, das geht doch gar nicht. Ja, obwohl... Wenn ich so mache und dann so. Dann mache ich so. Genau. Oh, nun geht's los. Wir kommen der Sache näher. Ah, dein Countdown hat nicht geklappt. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Was denn? Es wird schon alles werden. Ja, bestimmt, Glados. Alles gut, alles wird gut, Glados. Ja, okay, Glados ist ziemlich optimistisch. Ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht sonderlich viel kommentiert, aber das kommt halt von Konzentrieren und so. Das ist doof, wenn man dieses Spiel blind spielt. Ich könnte es am besten gleich abbrechen. Ja, und hier ist wieder das gleiche Bild, wie es Remain kommt. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Ja, ist gut, eure Konversation ist sehr interessant. Oh Gott, es kommen Turrets vor, es kommen diese Strahlendinger vor, es kommt das hier vor, was immer das da sein soll. Und ja, Cubes. Okay, Turrets. Wer da? Hallo? Oh, es hat mich immer noch anvisiert. Ich möchte nämlich... Ja, was möchte ich eigentlich? Das weiß ich noch gar nicht. So, und... Stop. Genau das möchte ich, ja. Ja, das ist perfekt. Und... Tschüss. Au. Da unten möchte ich nicht landen. Der Armatured. Okay, jetzt brauche ich noch ein Cube. Wie komme ich da rüber? Naja, obwohl hier habe ich keine Portalfläche. Ähm, wie mache ich das dann am besten? Kann ich hier irgendwo runterspringen zu einem Portal? Nein, kann ich nicht. Ähm, ja, gut. Wie soll ich das dann machen? Hier habe ich ja nirgendwo Portalflächen. Nirgends. Absolut nirgends. Wie bitte? Ähm, ja. Gut, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil wegen... Portalflächen. Und sonst komme ich hier nicht rüber, weil ich das hier mache. Ich kann nicht gegen den Strom sozusagen schwimmen. Das geht nicht. Ich könnte allerdings versuchen, den Cube irgendwie da rauszubringen. Ne, geht ja gar nicht. Bringt's nicht. Ne, so kriegt... Der kommt so nicht weg, weil der da drauf liegt auf dieser Eingänge. Naja, obwohl... Ja, so. Und jetzt... Ah, jetzt. Was passiert, wenn ich auch hier auf den Schalter stelle? Ja, genau. Gut. Ja, das habe ich... Oh. Das habe ich auch schon gesehen im Co-op LP. Ähm, gut. So. Und, ähm, jetzt... Aber nicht so, sondern so. Genau. Und dann kommt der Schalter rüber. Und dann komme ich auch rüber. In der Schalter, weil ich... Der Cube. Na, bleibt da, bleibt da, bleibt da. Okay. Und drauf damit. Und jetzt komme ich auch rüber. Yay. Yay. Wir freuen uns. Wie... Wie... Wir freuen uns. So. Boom. Okay, und jetzt... So. Und... So. Ja, das ist jetzt auch doof, ne? Also jetzt richtig doof. Wie kriege ich jetzt den Schalter... Ach so. Nee. Doch. Doch. So kriege ich den Schalter weg. Jetzt bin ich ja hier. Jetzt kann ich ja den Cube wieder weg... Den Cube wieder wegtun. Genau. Jetzt lege ich ihn so weg. Bäm. Und... Ja. So, jetzt komme ich da hoch. Yay. Okay, das ist so wieder ein einfacher Test. Ja. Ja, ein bisschen, Glarus. Du gehst ja nie zu weit. Nee, kennen wir überhaupt nicht von dir. Oh mein Gott. Ja, warum hast du ihn schon wieder Schwachkopf genannt? Das... Nee. Ach, ja. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Warum? Warum? Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten aufwettert. Damit habe ich mich gerade... Der Raum kommt mir bekannt vor. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Nein. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ja. So, wo... Was muss ich tun? Da ist aus irgendeinem Grund so ne Dingens... Dingens... Und hier habe ich das hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Hier. Lande ich... Nee, da lande ich nicht drin. Vergiss es. Und bremsen kann ich auch nicht. Lande ich so vielleicht da drin? Nee. Lande ich nicht. Ähm... Ja, hier gibt's zu viele Portalflächen, die mich ein bisschen verbirren. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. So, wo ungefähr ist die Höhe, wo ich das in das Portal reinkomme? Hier ungefähr. So, jetzt haben wir dich im Portal... Äh, in dem Strom Dingens. So, das ist gut. Das gefällt mir. Ja, genau so. Und jetzt möchte ich nämlich was ausprobieren. Nämlich... Habe ich so das Gefühl, dass ich zu einem Easter Egg komme. Falls das nicht gewollt ist, dass ich hier drauf laufen kann. Aber ich komme hier nicht mal durch. Das ist schade. Hätte gedacht, es wäre hier ein Easter Egg oder so. Weil davon gibt's ja genügende Mafia 2. Schade eigentlich. Gut, okay. Jetzt bin ich hier oben. Kann ich von hier oben irgendwas machen? Außer runterspringen. Anscheinend nicht. Okay. Es ist ziemlich unlogisch, dass ich irgendwie, ähm... sterben kann. Ja, das kennen wir doch schon. Die klassische Musik. So, ich möchte den Test jetzt... Nein, du hast gar nicht gestört. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Ja, natürlich nicht. Ich bin gerade mit dem schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ach, doof. Ja, wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da werden. Doof. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Das hier und das hier. Also, ungefährlich. Na, hier hin. Ja, genau so. Ah, Moment. So komme ich da nicht hin. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Es gibt es nicht. Mann. Sowas regt auf. Oh, sowas regt richtig auf. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ich nehme 13 Minuten auf. Okay. Also 14 Minuten. Ich versuche noch das, was ich mir gedacht habe, was stimmt. Entschuldigung. Ich hoffe, ich hab dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit hab ich mich beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem schwierigsten fertig. Nein! Ach Gott! Ich fand's ziemlich einleuchtend. Ja. Gott, das geht sich. Ich bin so ein Dab-Idiot. Wie auch immer. Ich... Ach Gott. Ja, die Kommentation in den letzten Teilen war mal wieder für den Arsch. Aber... Gut. Ach Gott, was soll's. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, hier weiterzumachen. Warum, weiß ich selber nicht. Ich werd vielleicht noch ein bisschen Megaman aufnehmen jetzt dann. Egal. Das war's für Let's Play Portal 2 für dieses Mal. Also, ja. Euer Tossi. Ciao.